Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Holen Sie mir, Fägelein. Sie haben es doch selbst gehört, ich will nicht mehr führen. Ja, das ist das wahnsinnig geworden. Das sind doch alles holle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Das ist das schlimmste Verwanderer von einem Befehl. Verwanderer, ich bin schon so zackverwicht. Ich bin in der Zicht zerfragt. Das war ein Befehl. Der andere Steierschleit befehl. Einziger Fägelein. Es ist ein Befehl. Es ist ein Befehl zu füllen. So, der Eiterzahn hindert uns selbstständig zu denken. Fägelein. 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 Vägen?